3, 2, 1 Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Heroes of the Spannender Inferno Mit dabei, Spannender Inferno So ist das Au Ah scheiße Ah Mein Finger ist in meinem Handy festgesteckt Mein Finger ist in meinem Handy festgesteckt Ja, also Heroes of the Storm gibt es 2.0 Da sind einige Updates drin Und wir dachten uns, wir schauen uns das mal ins Team an Die Map ist ziemlich geil finde ich Es gibt so 3 Tempel auf der Map Oben, Mitte, unten Und ähm Ab und zu wird halt angesagt Ja, die Tempel können jetzt aktiviert werden Und dann müssen wir da hin und uns einfach drauf stellen Und dann ballert der Tempel auf die gegnerische Basis Okay Genau, also hier oben ist einer Dann ist hier einer Wie teilen wir uns auch? Und unten Ja, am besten mal kennen wir die Äh, Ragnaros top Solo 3, 3 Meter Und ich würde sagen Jablo Bottom Okay Dann gibt es keine Jungler Nee Und man, man roamed auch relativ viel Außer du, du farmst dein Q Wie dumm hast du Tracer Komm mal runter bitte Aber, aber zuerst alle zum Turm Alle zum Turm hier Die ist komplett gepackt bei mir Geht schon los Geht schon los Geht schon los Geht schon los, ja Was machen wir jetzt bei dem Turm? Haben wir den jetzt? Haben wir schon, haben wir schon Es gibt Lager auf der Map Aber die muss man erobern Und dann rennen die Viecher auf die Lane Und pushen für euch Das Spiel ist all about pushen Ach, die haben Abatur, Alter Müsste aufpassen Abatur kann sich überall auf der Map quasi Dazubegeben Mit so'n Das ist der Alien Aber der ist super squishy wenn man ihn findet Aber der hat Der ist nicht wirklich auf der Map so Verstehst was ich mein? Alter ich fick den komplett weg den Gegner hier Oh ne Pass auf hier Hier ist Roam richtig viel, ne Durchgehen wird wie Gang Pass auf Kochi, du bist super squishy, ey Ich bin aber auch supergut Ja gut Du kannst, du kannst richtig Spam Johnny Du kannst richtig Spam, das Spats Der Q ist alles Du musst die ganze Zeit Damage Dieses Ding, wenn man sich halten kann man noch cool werden Jawoll Und du kannst auch versuchen Immer mit dem W dann hier zu treffen Äh die Türme Was soll das treffen? Die Türme, auf die Türme kannst du drauf Okay, jetzt wird der mittlere und der obere Turm In äh Tempel in 10 Sekunden aktiviert Da müssen wir hin Ja, ja Wird mein W von Minions geblockt? Äh Ne, ja, ja, klar Genau, was haben wir denn überhaupt nicht Erzählt doch mal wenn ihr Zeit habt Erzählt doch mal was wir haben So jetzt Ich bin ein Healer Ich bin quasi Cutter Komm mal mit, komm mal hier, komm mal hier Ich brauch Hilfe Mitte, Mitte, Mitte Wir nehmen mal für den mittleren Sola, komm runter Ich komm, ich komm Ja der obere Tempel ballert schon Du chillst auf der Lane Du kack nur So, win Okay Ach, den muss man contesten quasi Oder ist das? Auf den hier, auf den hier? Greyman, Greyman Ja, 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 ja Alles hier, alles hier Oh, er wurde wirklich kackt Aufpassen, aufpassen Hier, hier, hier Ja, ja, ja Oh, die sind super low, Alter Ja, ich krieg die Ich bin auch super low Hier Genau Jungs Ah, 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 ah Was denn mit den Füchern nehmen? Müssen wir die kaputt machen oder das? Der Greyman, der Greyman Genau Ich glaub du solltest eher die Namen der Spieler sagen und nicht die Charaktere im Kevin und Silvzern Äh, ja gut Oh nevermind, ich fick den einfach Hä, es gibt hier halt Brunnen Hier Da könnt ihr euch auch heilen Ne, oben der Tempel, der kriegt den gerade for free So kaputt haben wir den nicht Oh, okay Ne, aber Der ballert schon die ganze Zeit Es läuft jetzt ab Und dann wird der leer geballert So, jetzt ballert der sich leer Ja Und wir können wieder auf unsere Lanes Ja Weißt du das jetzt nicht Sinn gemacht, wenn ich auch zum, zum oberen gegangen wäre? Ja Hat er Ja Ne, 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 ne Wenn der so oben bleibt dann nicht Ansonst kannst du auch oben bleiben Ich soll herkommen Ich soll herkommen Du kannst hier rund machen Komm auf zu flamen Was soll ich sein denn da? Wir können, wir können kurz ein Camp machen Hier Nice Inn Kutscher What nice Inn, Junge I'm safe Ja, gäng schon Komm mal ran hier Max Komm mal ran hier Max Wir sind hier oben Äh Wir kommen gleich hoch, haltet das einfach Ja Das wird nicht so easy Ja, also Ja, wenn der Brunnen noch nicht genommen hast Dann fest Ne, wir können das nicht halten Dann gehen wir hoch, Shani Gehen wir hoch, Shani Ja Wir waren das hier Ich setz mal nicht auf mein königliches Ross Bewege mich Komm Leute Ja, ich kau Was ist Gericht denn hier? Ich bin da Nehm dir den Spaß So Jungs Der Bubu ist hier Ja, Johnny Lass mal was nuken hier Ja, ich bin am Start Push mit rein Bäm Ahahaha Oh mein Gott, was hat er getan? Oder ich komme Haben wir easy Ich komme, ich komme Vielleicht können wir irgendwas machen Mehr Ruth Ich pushe mit Lein rein Wie viel sind da oben? 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Ja, ich mach ja auch nicht Pressure in der Midlane. Schönen Lars im MWQ. Nee, grad nicht, grad nicht. Brauchen wir nicht hin. Ich geh nach vorne, Jungs. Oh, das ist ja wieder Nivea Dings. Ja gut, deswegen ist er hier. Oh, ich hab ihn. Du kannst mit D auch nachladen, Kutschi. Das lässt sich schon auf dem Q eigentlich. Ja klar, nachladen. Wenn du sagen, wenn du Hälfte Schuss hast, anstatt mit Hälfte Schuss läufst. Das ist wieder cool. Interrupted. Nice, Kepo. Das ist ziemlich heftig. Ey Leute, ihr müsst sagen, wenn ihr da... Okay, runter, 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 runter. Ja, zum Tempel, zum Tempel. Du kannst, nee, du kannst jetzt auch kommen. Du kannst jetzt auch kommen. Sagen müssen, wenn die weghauen, äh abhauen. Der Kramian war nicht top. Ich dachte, wir waren nur 3. Nee, wir haben nur 3. Nee, wir haben nur 2. Ja, Abatour. Den gibt's auch noch, ja. Ja, da sehe ich Abatour auch. Wir können hier direkt drauf, direkt drauf. Ich komm gleich mit zu euch, ist richtig. Ja, ja, ja. Zu uns, zu uns. Wir nehmen den, wir nehmen den, Alter. Wreck den. Mach ihn. Ich hab ihn nicht, ich hab ihn, ich hab ihn easy. Dann hau ihn drauf. Ich geb mir das nicht hier, wenn er was machen will. Ja, einer muss drauf bleiben. Ja, einfach drauf bleiben. Nicht zu, nicht zu die, nicht zu die... Easy. Aha. Ich kann hier mal Mana geben, warte, ich geb dir mal... Sola, ich geb dir Mana. Nee, du hast doch noch halb. Bunt. Hä? Theoretisch, wenn dann so ein richtiger 5 von 5 Fight hier entsteht, ne Sola? Dann kannst du hier fucking Moltencore aufbauen, so gehen sogar. Aber ist jetzt nicht. Ja, wo kann ich das machen jetzt gerade? Jetzt könntest du's hier machen. Hey Kevin, wie... Recht ist ja, aber der ist doch noch ganz, oder? Ist egal, das ist egal. Du kannst es... Nicht jetzt machen! Achso, ich kann noch mal hier zerstören. Ne, 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 auch bei Levener. Okay, ja, ist klar. Einer kann top gehen, du kannst wieder top gehen, Sola. Und einer kann in Mitte gehen. Diablo. Wo seh ich denn die... Ah, hier, hier. Ah, Kutschi. Oh, ja, 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 ja. Ah, ich bin für Kutschi immer da. Ach. Die können ja nix. Das ist ja... Wie bin jetzt? Ich bin ganz kurz vorausgest... Das... Soll ich da mal ne Ultra inballern? Ne, warte. Mein Töte ist halt relativ... Wenn du schaffst, wenn du schaffst. Ich bin schon wieder da. Jetzt können wir abgehen. Ich... ich komme mal runter ganken. Ja, äh, ja. Auf den Groaming? Oh, Groaming, Groaming. Der Typ, der Wolf, der Wolf. Mutti... Mutam Boy. Hahaha. Alarm, Alarm, Alarm. Okay. Soll ich mal Ult machen? Komm mal rein. Ich hab mein E-Up. Könnt den Brun noch nehmen, wer's noch nicht hat. Ja, wir haben alle Ult. Lass rein, fighten. Okay. Ich wär ready. Soll ich zu euch kommen, oder... Ich chill hier einfach. Ich hab sie geviert. Ballern, Ballern, Ballern. Hammer, Hammer, Hammer. Johnny, wo ist deine Ult? Ja, ich wusste nicht, was die Ult ist. Er, er. 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 Oh, du hast den Laser nicht genommen. Ich glaub du hast den Laser noch nicht genommen. Hehehe. Ich krieg Toplane hier. Töne wir doch wieder. Mit STRG könnt ihr das direkt aufrufen, das Menü. Ja, ja. Hab ich auch. Ich hab scheinbar das Falsche genommen. Das... warte mal, ich gucke. Hier, das Camp nehmen. Ja, ich hab die Druckwelle. Das Camp... Ja. Die Druckwelle hatte ich tatsächlich noch nie. Hab ich da nie genutzt gespielt. Kommt ihr her? Kommt ihr her. Kommt ihr her. Seid deren Camp, wenn wir das nehmen, dann laufen die auf die Lane und pushen für uns. Das ist nicht so. Dann können wir das Link auch gleich machen. Eiii. Pass auf da oben. Eiii. Ja. Ja, es ist auf jeden Fall. Ihr müsst euch auch draufstellen. Jetzt ist das Licht hier gerade. Nein, nicht den Bosch Pullen. Holy shit. Wer war das? Geh base, geh base. Und dann bottom gehst du, Sola. Und man suchst halt unten zu nehmen. Wir nehmen das hier. Alter, bei mir ballert grad das Licht komplett durch Sven. Äh, Leute, hier ist das Ding schon. Ich komm nach unten. Ne, ihr seid jetzt zum oberen wahrscheinlich. Ja, Sola kann das untere Ding nehmen. Oder wir traden halt, aber. Ja, deswegen, weil die hier doch schon am Ballern sind. Aber dann gehen wir jetzt hier hoch und rein. Kommen wir, kommen wir. Ich würd auch sagen, rein. Hier. Auf den Mutiboy, auf den Mutiboy. Wo kommen jetzt diese verstärkten Viecher her? Wir haben jetzt ja diese übelst krassen Minions. Ja, das sind diese Camps. Rein, 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 rein. Ah, okay. Ich hab jetzt meinen vier sogar ab. Der mit der Sense. Der mit der Sense. Ich mach ein Ulti. Das sind silenced. Ich hab immer ein Ultro. Oh. Du bist hier im Vlog. Schön wie dem, da. Sola nimmt das unten, wir haben wir. Muss ich hier jetzt weiter drauf? Oh, der hat mich ja grad an. Entschuldigen Sie bitte. Der muss drauf bleiben. Ja, du musst hier ja knüppeln. Ah, ja. Der ist halt das Ding, ne? Du bleibst drauf, aber du musst halt die ganze Zeit auch NPCs killen, weil die annerven. Das ist WM. Boom. So. Wir sind nicht die Kills, sondern die Level, ne? Ja, ja, ja. Wir sind richtig weit vorne. Wir sind Teamlevel, ja. Die Soaknet, gar nicht die einzelnen Lanes. So, Mitte können wir ja diesen Hydralisten-Typ da wegmachen. So, muss ich jetzt hier nochmal draufstehen. Ne, du bist schon... Ja, ja, ja. Ah, du hast noch nicht ready? Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Oh, ne, ist noch Hälfte! Ist noch richtig viel. Oh, ne, wir können ja fighten. Oh, Leute, aber Apertour, der hat sich gezeigt. Oh, fuck. Richtiger Noob. Oh mein Gott. Hier, wir können das Camp nehmen. Ah, haben sie schon, haben sie schon, haben sie schon. Oh, fight sie, fight sie! Ich mach dich, äh... Oh, ich hab mich ja unverwürdig gemacht. Oh, sieht's aber aus. Ja, der, 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 nice. Hier, hier, ich root, ich root, ich root. Ja, komm her. Hab ich, hab ich, hab ich. Hier, ich hab Lili. Alter, ich hau Lili voll in die Fresse jetzt. Der Typ will mich, er hat mich. Haut ihn, haaut ihn! Was mach ich denn jetzt hiermit? Du kannst Fähigkeiten, du hast auf Range. Hä, warum gehen wir nicht einfach Pro in dem Game? Oh lol. Hau drauf, das ist richtig OP. Ja, du hast insane viel Schaden. Hä, Lili. Das ist ziemlich, ja. Ja, da sehe ich mich. Das war interessant. Hab den, alles unter Kontrolle. Ich hab kein, äh, Mana und so. Nice. Schon mal jemand von uns gestorben? Ich ja. Kevin. Na ja. Ihr könnt, ihr könnt back. Ihr könnt back. Back? Was, back? Oh, die haben. Okay. Ihr müsst bald das neue Ding spawnen. Oh, Uchi! Rennt! Nein! Das ist nicht so schlau, Leute. Ist eigentlich schon mal jemand gestorben? Das war richtig boosted. Ist so, als wenn ihr irgendwie in der Gegend... Ha, ist auch egal. Versuchen wir den Vergleich zu Loi hinzubringen. Das war jetzt so, als hättet ihr grad Inip gemacht und euch am Inip backgeportelt. Boah. Da sagen sie jetzt nicht den Unterschied. Ich verstehe das Problem jetzt nicht so ganz. Da unten war so ein Busch. Kevin, kannst du mir helfen? Ja, ja, ja. Was ist denn das hier? Ah, ich dachte grad das ist ein Hero, der ist halt. Das ist ein Mob. Ey, müsst ihr aufpassen in der Mitte grad. Was? Wir sind hier drin. Alter, das Deathly Cap ist einfach hundertmal besser als bei LOL, Alter. Der was? Das Deathly Cap. Ja, gut. Das ist aber auch, du sagst... Ja, ich hoffe. Das war... Du sagst... Okay. Ja, ich halt so. Aber es macht Evil Box und die Musik ist aber fast richtig alles so... Ich hab doch keine Mucke. Oh, top, top, top. Und Bottom auch. Wir können wieder Solar Bottom schicken theoretisch. Wieder Bottom? Ja, je nachdem. Ja. Obwohl die gehen Bottom wahrscheinlich. Ja, Nexar geht schon hin. Ja, eh, eh. Alles klar mach ich. Aber ich glaub wenn ich meine... Wenn ich meine... meinen geschmolzenen Can-Ready hab... Oh, fight, fight, fight. Okay, ich komm mal, ich komm mal. Da wollen wir die Lili da mal wegrauen? Ich hab hier geroutet, hier. Ich muss nach oben. Sorry Jungs, ich muss euch... Ich schau jetzt an meine Bombe. Ich hab mich gesilenced. Okay. Muss mich da jetzt... Müssen wir aufpassen da, müssen wir aufpassen auf die Grütze. Hier ist da noch einer. Ja, lieber den Tempel, den Tempel. Äh, er ab zum Teil weiter. Nein, der ist nicht aktiv. Oh, okay. Nur mit den Symbolen. Oh, unten ist schon einer drauf. Hier, hier, den Nimmer. Ich renne. Oh, scha... Oh, er hat mich gehoopt. Auf den Games. Jawoll. Den, den Wolf. Schön. So, jetzt geht der Tempel um. Schnell. Oh, ich bin irgendwie... Brawners mit meiner Kampf. Der hat fehl. Der Tempel. Der Tempel. Der Tempel. Den könnt ihr den Turret nehmen. Der Tempel macht halt 10 Turrets. Also, ich weiß nicht. Eure Prioritäten sind irgendwie schlecht. Ah, 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 ah. Hab den Turm jetzt genommen alleine. Ja. Siehste, Kutcher und ich... Ja, das war wahrscheinlich das, was uns bei uns ballert. Komm her. Oh. Stimmt. Der Ballert hier auch mit Tom. Ich pushe die ganz alleine. Jawoll. Was? Ich carry das hier. Oh, Solar hat einfach... Oh mein Gott, der ist groß. Oh mein Gott, der ist groß. Ich bin ja echt nase. Ey. Wer fehlt der Fetzer für uns? Warte, warte, ich, 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 ich geh immer helfen. Der ist wohl hier. Ja, Alter. Wir werden den fertig machen. Komm, holen wir noch, holen wir noch den nächsten. Oh, der Wolf. Komm, es um... Oh, nice. Oh, lol. Oh, lol. Ich hab ihn gerootet, ich hab ihn gerootet. Ich hab ihn gerootet, ich hab ihn gerootet. Schön drauf geäht, Jolly. Das habt ihr gesehen. Ich geb dir gleich Mana. Ich komm mal, ich komm mal. Habt ihr gesehen, wie ich die gerackt hab? Oh, da, da, da. Ah, es war nur ein Minion. Es ist nur ein Minion von dem. Es ist nur ein Minion. Ich krieg die Klede. Ich krieg die Klede. Ich krieg die Klede. Das ist ja mega nice. Das ist... Das ist sein... Sein... Ultimate. Oh. Naja. Die sollten fein sein. Ich werd ein paar pushen. Wir haben noch ein weiteres bisschen geäntgt mit der Ult. Oh, die wollen hier. Die wollen hier, Leute. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich geh von hinten rein, Jungs. Ja, ich geb dir die Mana, Johnny. Das ist die Heilerin. Ja, ich bin drauf. Ich silenced sie jetzt. Alles Frau, Jungs. Ich hab sie gesilenced. Ich hab sie gesilenced. Damage. Boah, hab ich die in die Fresse gehauen, Alter. Alter, ich lauf halt nur dumm hinterher. Oh, gar nix. Nice. Du bist gepackt. Kann ich irgendwie Smartcast anstellen? Ja. Escape, Hotkeys. Dann gehst du unten auf Schnelleinsatz. Alter, hier geht der hier. Das sind Hotkeys. Links unten Schnelleinsatz. Lass mal Boss gehen. Und oben... Wahrscheinlich eine schlechte Idee, aber... Warum ist der so kompliziert? Bosse sind immer super risky im Game. Ja, oder auch. Wenn nicht viele leben. Noch schlimmer als Loll. Ja, das ist doch deutlich besser. Schau jetzt. Alter, der ist ja aber gut tanky. Oh, gut. Ich bin reingelaufen. Gut. Ah, okay. Tatsache. Deswegen solltet ihr auch wahrscheinlich den Tank tanken lassen. Ja, warte mal. Alter, wo ist denn die Box davon? Da siehst du doch. Da ist so ein Kreis, Alter. Hahaha. Lass, wir können mit dem pushen. Wir können doch dicht schnell. Das, 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 das. Nee, hier, Teamfighten. Teamfighten, okay. Mach die Bombe dran zum Blut. Also wir können jetzt entweder bottom finishen oder top. Finish. Borde, mit dem Boss. Borde, mit dem Boss. Lappen hier will ich mich nicht weiter abgeben. Sportlane mit dem Boss. So, wo kann ich mich denn jetzt hier aufwollen, Kevin? Klar, hier kann ich mich aufwollen, wenn das Ding kaputt ist, ne? Warte, 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 warte. Wer ist denn da noch Solo? Ich, ich mach hier gerade Body 2. Achso. Ja, da werden wir sehen. Der Wolf ist ziemlich gut, ey. Ach, nicht gegen mich, Alter. Und Korra, hau drauf. Wo ist denn der hin? Oh, ich laufe durch den Turm, glaube ich, der gerade. Oh, die Lilly. Oh, ich habe sie nicht geschafft zu rooten. Alter, hier ist so ein fetter Skorpion, der auf den Dings drauf haut. Ja, das ist unser Boss, den wir gerade geholt haben. Geil. Der Boss kämpft halt für uns. Okay, ich root die jetzt. Achtung, ich root die. Ja. Ich hab drauf. Jawoll. Ich hab die hier. Ja. Aha. Nice. Easy game, Alter. Guckt euch mal meinen Diener und Gebäudeschaden an. Ja, GG. Mal schauen, wer MVP kriegt. Mein Ghana und Gebäudeschaden. LOL. Johnny MVP. Was? Hä, ich hab viel mehr Damage als er. Ganz offensichtlich. Viel mehr. 1000. Wow. Ich hab die meiste... Wer war nicht dabei? Wer war nicht dabei? Der Kutscher. Hä? Ich hab 38 Kanschaden gemacht. Unbedeutend. Unbedeutend. What the fuck? Ich bin raus. Sucht euch wen anders, Alter. Hä? Ich wollt für Johnny. Der ist der Einzige, der mich unterstützt hat in dem Spiel. Ich wollt für mich selber. Aha. Der Healer hat dich nicht unterstützt. Nö. Hä? Okay, ich kann nicht mehr für dich wollen. Okay, sonst hab ich's gemacht. Alles klar. Das war's, ne? Ein Rundespiel, Alter. O, Mann, ey. Heeeii. Ich hab hier 39 Kardellisch nickt hier nirgends wo. Ein Rundespiel aus Spandau in zwei Wochen seinen Heroes, würd ich sagen, ne? Geht das mal weiter? Ja, ihr müsst links unten auch klicken. Ja, warte mal.